Hier ist Canvox LiveTracker, die brandneue smarte Uhr, mit der Sie jederzeit auf Knopfdruck Ihre Gesundheit im Blick haben. Direkt am Handgelenk. LiveTracker hat unzählige geniale Funktionen. Auf Knopfdruck misst er den Sauerstoffgehalt im Blut. Auf Knopfdruck misst er die Herzfrequenz. Auf Knopfdruck wissen Sie exakt Ihren Blutdruck. Und auf Knopfdruck misst er Ihre Körpertemperatur. Zusätzlich können Sie Anrufe annehmen oder tätigen, dank eingebauten Lautsprechern und Mikrofon. Telefonieren Sie, ohne ein Handy halten zu müssen. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Perfekt. Unverzichtbar für ältere Menschen. Mit einem Knopfdruck ist der Notruf gewählt. Ich brauche Hilfe. Zeichnen Sie Ihre Schlafdaten auf, um Aufschluss über Ihr Schlafverhalten zu bekommen. Wann immer Sie einen Anruf oder eine neue Nachricht bekommen, vibriert der Tracker sanft. Telefonieren Sie bequem von Ihrem Handgelenk aus, sogar wenn Ihr Telefon weit entfernt liegt. Halten Sie sich fit mit den sechs Sportmodi. Der Tracker erfasst Schritte, Distanz und Kalorien beim Gehen, Laufen, Wandern, Radfahren und vielem mehr. Hören Sie Musik von Ihrem Handgelenk aus, egal ob über Kopfhörer oder direkt von der Uhr. Die eingebauten, hochwertigen Lautsprecher sind laut genug. Stellen Sie sich Trinkerinnerungen oder andere Alarme. Machen Sie tolle Selfies. Einmal den Arm schütteln und der Auslöser ist aktiviert, auch von weiter weg. Sie finden Ihr Handy nicht? LiveTracker hilft. Das magnetische USB-Ladekabel passt sofort. Der Akku hält sensationelle sieben Tage mit nur einer Ladung. Auch unter der Dusche funktioniert CanDocs LiveTracker. Er ist staub- und wasserfest bis zu einem Meter Tiefe. Mit Stoppuhrfunktion und eingebauter Taschenlampe. Und der Tracker funktioniert mit iPhones, mit Android-Handys oder auch ganz ohne Handy. Sie haben die Wahl. Passen Sie den HD-Screen aus über 200 verschiedenen Themenbildern nach Ihrem Geschmack an. Speichern Sie Ihre Kontakte. Prüfen Sie das Wetter. Es gibt unzählige Funktionen. Und mit der Gratis-App bringen Sie Ihren CanDocs LiveTracker nochmal auf ein völlig neues Level. Egal ob mit iPhone oder Android. Überwachen Sie Ihren Fortschritt und zeigen Sie die Daten Ihrem Arzt. CanDocs LiveTracker ist so unglaublich vielseitig. Ihr treuer Begleiter für die Gesundheit. Aber mit seinem niedrigen Preis schützt er noch dazu Ihre Geldbörse.